Alright, Guterre, Leser und Gentleman vom Austrian Giant 2024. Wir sind hier heuer im richtigen Prater, früher war der Austrian Giant oft im böhmischen Prater, viel kleiner, heute eine riesige Veranstaltung, wir haben Wochen jetzt mit der Vorbereitung verbracht. An der Stelle ein großes Dankeschön an alle, die hier mitgeholfen haben, in erster Linie an Cheesy, meinem Partner, der das Ganze mit mir organisiert hat, natürlich all meine Mitarbeiter vom Dust Gym, ansonsten ein großes Dankeschön an heute Zeitung, an ESN, unseren Hauptsponsor, an Kaiserwiese. Ja, das Ganze wird heute richtig fett werden, wir erwarten mehrere tausende Zuseher. Wir haben sechs Disziplinen, wir starten hier mit dem Truck Pull, knappe 10 Tonnen werden 15 Meter lang gezogen. Danach findet statt Apollos Excel 125 Kilogramm oder 145 Kilogramm auf Wiederholungen. Danach ist eine Deadlift Leather, ich glaube mit 260, 280, 300, 320 und 340 Kilogramm auf Zeit. Dann Herkules Hold, also zwei Autos müssen gehalten werden auf Zeit. Dann haben wir Yoke Race, 420 Kilogramm auf 25 Meter und die letzte Disziplin ist Atlas Stones. Hier haben wir 140, 160, 180 und 200 Kilogramm müssen über 1,20 Meter drüber geworfen werden. So schaut's aus, wir sind geil auf das Event und hoffe ihr auch viel Spaß damit. So schaut's, wir sind viel zugegeben, gibt es einen Kohlfeil mit dem Kohlfeil, aber das geht es natürlich. Was ist das denn? WDR mediagroup GmbH 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 Ja! Ja!